Mein Name ist Tim Kister und ihr habt jetzt die Möglichkeit bei United Charity ein von mir signiertes Trikot zu gewinnen. Es gibt zwei Besonderheiten. Nummer 1 ist es eins der letzten Trikots von mir, da ich meine Karriere beendet habe. Nummer 2, meine Frau hat drauf unterschrieben, Yvonne Schröder-Kister. Sie war bei der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel. Also, fleißig bieten und der Höchstbietende gewinnt das Trikot. Und das Beste ist, 100% von dem Erlös gehen an Bad Kreuz nach Flacht. Fleißig bieten, euer Tim.